so ein wunderschön ich nehme schon mal auf und das eigentliche Gruppenlettsplay erst in 10 Minuten losgeht die anderen rechtzeitig mitbekommen was abgeht wir haben jetzt einen neuen Mumble Server bei dem alten da konnte ich kein Channel mehr erzeugen und deswegen habe ich jetzt auf mindtest.one also hier Mumble.mindtest.one gewechselt da kann ich auch ein Channel erzeugen, würde ich einordnen und habe die Daten durchgegeben Linux Dirk hat die entsprechende Nachricht schon gelesen Thomas allerdings noch nicht Thomas steht noch aus gut was wir auf jeden Fall mal machen genau da ist die Aufnahme äh funktioniert alles ja sehr schön ähm die Server stimmen auch alle lalalala Workstation Mindtest Server tralalala ok ja ok 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 noch kommt keiner an ohja ah halli hallöchen guten Morgen ja morgen ja gut ok bei mir auf dem Land da ist man mittlerweile schon fast wieder beim ins Bett gehen aber das ist eine andere Sache Kikuriki ne ja so ungefähr äh gut Server sind alle soweit vorbereitet was fehlt noch äh ähm gut gut so ansonsten nur damit du es bereits weißt meine Aufnahme läuft quasi schon so als ja damit die Leute mal ein bisschen so sehen können wie man hier so alles vorbereitet äh ja heißt also alles was du sagst ist bereits auf Band ich schweige ja ähm Thomas hat seine Mail mit den neuen Anbildern noch nicht gelesen nicht dass er wieder wegen Zeitzone hier äh denkt er hat noch eine Stunde so gut ah geht ok so die anderen Server sind gerade alle leer das heißt ich nutze mal kurz die Gunst der Stunde und schalte die Server auch gleich allesamt ab so du kommst auf bam carpeting Server auf bam äh 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 ah Thomas du bist ja auch an ne Quatsch Thomas eben Thomas ist an Server Neu Start Komma Grund Doppelpunkt Let's Play Vorbereitungen Da wurde ja doch ne Menge gebaut ä piace auf unserer insel Loll Ja, also der Siehst du es ja gleich selber, aber ich habe extra nichts gemacht, aber Thomas, neue Mumble Daten Check mal bitte deine PMs Okay, dann mache ich jetzt mal Countdown Neustart In 3 2 1 Boom, Headshot Okay, so E-Terminal Service ist auch mal gestartet Das heißt, man kommt da jetzt nur noch mit dem Default-Passwort rein Gut, dann habe ich hier noch mein Trash-Server Der kommt natürlich auch auf Okay Server sind alle vorbereitet Let's Play geht in 5 Minuten los Das ist sehr schön So, dann kommst du wieder weg Aha, okay Thomas hat seine PM gelesen Sehr schön Nachricht senden Com In German Ethereum Server Boom So, Linux Dirk ist bereits da, aber noch nicht in unserem Channel Oh, wir haben eine neue PM bekommen Mumble Daten Ah Das ist ja mein Zweit-Server Passt Sehr schön Ah Take care Yay Cisange und Oh Zent Oh 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 Mau Moin. Hallihallöchen. So, ich will mal sagen, es ist vier Minuten vor Start. Meine Aufnahme läuft auch schon. Dann beginnen wir einfach mal und legen los. Diesmal auch mit der richtigen Umgebung. So, mal schauen, was da abging. Linux Dirks hat bereits gesagt, da hat sich einiges geändert an der Insel. Bin ich mal gespannt, was da abgeht. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade mit dem falschen Server verbunden. Ja. Timeout, klingt nicht gut. Bitte einmal 30.001. Dankeschön. Jjk1, die Moderatorin von meinem Mine-Clone-Server ist auch on. Sehr schick. So, dann wollen wir mal gucken. Okay. Ähm, oh, ja, doch, jetzt ist ein bisschen. Ich stehe jetzt hier vor einer kleinen Rauminsel. Nice. Oh. Wow, okay. Ja, jedoch hat sich doch so einiges geändert. Unserer Teich ist bepflanzt worden. So. Ah, heute also ohne Selin. Okay. Ach, sogar mit Bötchen drin. Ja, ja, irgendwie. Hier vorne auch, äh, neue Felder. Ja. So, was fixest du denn hier? Äh, jetzt gibt es ja jetzt vier verschiedene Getreidesorten. Äh, Italien, sei Dank. Vor allem machen alle das gleiche. Man kriegt aus allen das gleiche Brot. Hä? Nur die Beete sehen etwas bunter aus. So, ansonsten, zu dem, was wir, also was ich ja so gedacht habe, was wir tun, machen könnten. Äh, zum einen wurde er vorgeschlagen, äh, in den Tunnel zu gehen. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Habe ich echt Bock drauf, ein bisschen Tunnelarbeiten, also rumzugraben. Äh, und dann hatte ich persönlich noch so vor, äh, hier dieses Lager. Ja, ein bisschen umzubasteln. Hallo? Test, test. Oh, Thomas ist ohne Rüstung. Habe ich Rüstung? Nein. Ähm, ja, hatte ich vor, das Lager hier, äh, quasi, den mit Dwarven aufzubauen. Weil... Zink gerade so ein bisschen. Ja, du kommst bei mir auch ein bisschen stockernd an. Aha, aha. Aha, aha. Ist mein Internet broken? Warte mal ganz kurz, äh... Oh, ich bin wohl noch etwas laut. Äh, Einstellung... Also, bei mir sieht erstmal alles gut aus, soweit. Ich habe einen Upload von insgesamt 40 Kilowatt pro Sekunde, sollte also passen. Na gut, äh, ja. Bei mir bewegt euch auch flüssig, soweit. Hm. Gut, erstmal gucken, was sich alles geändert hat. Oh, Rüstungsständer. Ähm, okay. Sieht so aus, als hätte jemand die Entscheidung, dass das das Minenhaus ist, nicht ganz mitbekommen. Jaja, irgendwie, äh, na, ähm, hier, sag schon, äh, äh, Dragon war ab und an mal on. Wahrscheinlich hat er hier weitergebaut, weil er ist der Einzige, der außer uns hier noch Berechtigungen hat auf dem Feld. Unser Beet sieht auch witzig aus. Jee, so monotones Essen. Jaja, Monokultur, das geht doch auf den Magen. Was ist das? Ah, das ist... Ah, Rute Beete. So viel davon? Hey. Hallo? Hallihallo! Ja. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen leiser, oder? Minimal. Hallihallo! Ich muss es sonst drunter regeln, aber dann höre ich, äh, Hallihallo! 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 Also, bei mir seid ihr beide gleichlaut jetzt. So, wenn wir mal ein bisschen höher gedreht, ist jetzt wieder besser. Na, wie gesagt, bei mir seid ihr beide ungefähr gleichlaut, also das passt soweit. Okay. Und wenn ich das mal so mit der Lautstärke... Okay, dann nehme ich gesamtlautstärke. Ansonsten, wenn ich euch so mit der, ja, mit der Geräuschkulisse quasi vermeintest vergleiche, dann passt das so vom Gesamtpegel auch. Also, bei mir ist alles fein. Müsste passen. Müsste passen. Müsste passen. Eigentlich schon. Das einzige, was mir aufgefallen ist, ähm, als ich mir eure Videos angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass ich zwar von der Audioqualität her relativ gut bin, aber es kommt, äh, es kommt ab und zu, äh, zerhackt an. Und das, obwohl ich extra einen großen Audiopuffer von 60 Millisekunden eingestellt habe. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Gut. Deswegen, wenn ihr irgendwas nicht versteht, einfach nochmal nachhaken. Also, bis her passt das. Okay, okay. So, Feld entleert. Äh, boah, ah, ja, ja, ja. Über 200 rote Beete. Das ist natürlich, äh, Monokultur. Guten Appetit. Ja, Monokultur. Ähm, genau, also, wie gesagt, zwei Ideen. Einmal ich persönlich Lager umbauen, oder aber wir alle erstmal in Miene und schön nach Ressourcen farmen, wegen, weil Rüstung. Ich bräuchte auch mal eine. Ich meine, Monster sind hier nicht so viele, aber man weiß ja nie. Eine vernünftige Rüstung ist, glaube ich, immer gut, oder? Ja, doch. Also, irgendwann wird es einen zweiten Video Leute geben, die bauen ihre eigene Stadt und dann gehen wir Video, Video gegeneinander vor oder sowas. Wir brauchen Waffen. Schnell, holt den Enchantment Table. Ach ne, gibt's ja gar nicht. Fuck. Oh, äh, keine Fäkaltfrage, sorry, tut mir leid. Ich arbeite dran, aber es fällt mir so schwer. So. Axt habe ich. Also, meine begonnene Leiter senkt die Mine runter, ist noch da. Sehr schön. So, ansonsten kriegt jeder einfach mal einen Batzen rote Beete, die kann man auch so essen, ohne Bearbeitung. Bitteschön. Und einmal... Bitteschön. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Inventar ist voll. Ja, meins geht, aber ist halb voll. Jetzt schon voll? Toll? Wir wollen Minen gehen, also Eisen, Kohle, was man so findet. Ah, vor allen Dingen Gestein, spammt da wieder das gesamte Inventar zu. Ich guck grad mal, dass ich ein bisschen was weggeschmissen bekomme. Achte auf die Umwelt, hier wird gelagert. Hehe. Okay. So, ich habe eine Bronzespitzhacke, eine Steinschaufel, ich sehe mich gewappnet. Äh... Ja, Stecker habe ich auch dabei. Ich mach nach noch ein bisschen Holz. Stimmt, Haus kann man mitnehmen, da habe ich ja letztens eine ganze Menge abgeerntet. Blutchen, Gras, Apfel... Ah, tropisches Holz. Holz. Gut. Ich nehme einfach mal als Vorrat so einen ganzen Stack S-Bahn-Baum-Stamm-Holz mit. Äh, ja. Dann haben wir unten definitiv genug Holz-Vorrat. Wenn wir eine schöne Stelle finden... S-Bahn aus Holz, na lecker. Ne, äh, S-Pern. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Dieses, äh, was außen, wo der Stamm weiß ist. Ja. So, gutchen. Holz-Cola habe ich auch dabei. Also, können Sie uns unten, wenn wir eine schöne Stelle finden, wo wir ein bisschen bauen können, auch uns erstmal so ein kleines Lager einrichten mit Kiste und Ofen und dann können wir unten erstmal schön freudig abbauen. Also, ich bin bereit. Bereit. Boing. Irgendwo war da auch eine Kiste mit Glas. Glas, gute Frage. Was ist die Kiste mit dem... Ah, ich sehe schon, ich sehe... schon. Ja, also definitiv, nach unserer Tour werde ich dann erstmal hier alles mit Dwarvern umbauen. Das dürfte dann übersichtlicher sein. Vor allen Dingen habe ich die jetzt auch, äh, gefixt. Das heißt also, diese Icons auf den Dwarvern, die flackern nicht mehr. Ich hatte das eigentlich schon damals gefixt gehabt, aber das Problem war, es gibt ja diese 1x1-Dwarver, diese 1x2 und 2x2. Und, äh, ich dachte, effiziente Programmierung, alle greifen auf den gleichen Funktionsstamm zu. Naja, Pustekuchen. Jeder nutzt seine eigene Funktion, um die Dinger zu positionieren. Und dementsprechend, ja, hatte ich zwar die 1x1-Kisten gefixt, aber die anderen halt nicht. Und jetzt habe ich aber alle gefixt. Also dürfte es jetzt bei allen immer gut aussehen. Ausge... zeichnet. Ja. Ja, da wollen Kisten, wo die Icons dann flackern, das geht erstens wirklich auf die Augen und zweitens ist das halt nicht schön. Tief hinab, in die unbekannte Höhle. Per Werkzeug habe ich ja vielleicht noch eine Idee, ne? Na, wie gesagt, ich habe eine Bronzeachse, die ist noch zur Hälfte gut. Äh, ja, ansonsten weiß ich nicht, ob einer von euch Eisen dabei hat. Ich nehme noch die Leiter, ich habe schon etwas gegraben, als es mein letztes Mal so still war. Ah. Na, wie gesagt, ansonsten können wir auch frisch geerntet, also frisch ausgebaggerte Sachen, sage ich jetzt mal, auch direkt einschmelzen. Ich habe nämlich, äh, Holzkohle dabei. Minus 300. Minus 300. So. Oha, ich habe ein Mese-Monster vor mir. Wie... 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 wie runter geht's denn? Minus 150. Oh ja, das sollte reichen. Minus 200. Minus 200. Oha, ich habe ein Mese-Monster besiegt mit einer... äh, mit einem Steinschwert. Uh! Minus 250, aber ich habe schon gehört, dein Mese-Monster. Oh. Oh. Ach Gott, ihr seid ja schon so tief unten. Halleluja. Halleluja. Minus 300. Halleluja. Na, ich habe bei mir diese, äh, die Bugging-Informationen abgeschalten, weil, finde ich, für Let's Play legitimer. Von daher, keine Ahnung, wie tief wir gerade sind, beziehungsweise wie tief ich jetzt gerade bin. Aber ihr seid immer noch unter mir. Von daher. Hier sind überall so eine Lebensbaumblätter. Wachsen die hier so? Oder hat jemand hingepflanzt? Ja. Ach. Minus 300. Schön hier unten. Ja, ja. Na, wie gesagt, äh, der Möp-Chill ist zwar ein bisschen gut. Geizig, aber so ab minus 100 sollte es dann auch langsam losgehen mit den Arztressourcen. Von daher. Deswegen hatte ich dazu ziemlich soweit gegraben, weil ich gemerkt habe, es kommt erst. Und dann ging es besser. Aber hier wurde schon geräubelt. Oha. Ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde nie wieder nach Hause kommen. Wenn ich plötzlich mit dem Anzug, dann haben wir wieder Strom ausfallen. Okay. Ja, bei uns war gestern Abend. Jetzt ist es auch nicht. Wobei natürlich das sonnig ein bisschen nachteilig ist jetzt hier für Höhlen-Tour. Aber noch sehe ich was. Ist ja alles schon ausgeleuchtet hier mit Fackeln. Laba. Oh. Oh. Das war das letzte, was ich noch grob hinbompt, dass man sicher rankommt. Tja, wenn das jetzt hier der Main-Clone-Server wäre, würde ich schreien, yeah, Höhlen-Tour, ob sie den abbauen. Wuhu. Aber. Oh Gott, wo seid ihr denn? Ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen hier. Höhle und hier ist ordentlich Material. Ja. Ich glaube, es war dann schwer. So. 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 So, so. So, uh, now. So, so, so... So, so. der Einstieg mit der Leiter war direkt unter dem Haus auf dem Cobblestone auf der Cobblestone Plattform okay gut dann müssen wir nochmal ah ok ich glaube ich habe es ist direkt über mir lass jetzt nichts fallen wie war das ich habe eine Bronze Spitzhacke das war ein Unfall die geht ja noch aber ich meine andere also wie jetzt meinst du hier rein zufällig diese 1x1x1 Meter Steinbrocken die ich hier in meiner Tasche zu Haufen habe nee ich gehe eher von den Rückständen aus die nach dem Essen der vielen rote Beete bleiben könnten ach so wenn du wüsstest wie schwer es gerade ist einen Kommentar zu verkneifen wir sind da unter uns und dann auf YouTube da kann man Pieps drüber legen ersparen wir in die Arbeit ich gehe mal schneller zum Schacht bevor da auch was passiert jetzt kannst du den Natur freien Lauf lassen Jey Halli Hallöchen ich seh euch so ok nach der langen Leitertur bin ich erstmal halb verhundert so machen wir mal ein bisschen Eisen ich habe mit dazugehört siehste genau Eisen ist ganz gut dann nehme ich mir davon gleich mal zwei Stück und baue hier unten zwei Protected Chests hin oder Locked Chests dann können wir hier unten ein bisschen Sachen ablagern ich denke mal das macht Sinn so ok platzieren tun wir die am besten neben dem Ofen irgendwo ich sag mal hier so ist ein schöner Platz da kann man es machen so schön in die Ecke da stört es kein tada ach so ha ja gut das war natürlich bei einer Locked Chests könnt ihr gar nicht drauf zugreifen es ist ihm gekommen es ist ihm eingefallen Gratulation ja nachdem ich sie platziert habe also ein bisschen spät mach drei Locked mach drei Locked und eine Unlocked und lass uns zwei von den Locked setzen dann kann jeder seine Sachen einlagern die er trotzdem mitnehmen will eine wo wir und scheren können und die müssen wir halt leer machen dann was geht denn hier ab unten ich dachte die Spawnrate ist bei null alle aus der Ecke hier ich mach mal Licht an so so du einmal eine Locked Chests bitteschön du musst ja selber selber platzieren ach das schon eine gemacht ich hatte schon zwei gemacht gehabt ja deswegen der Einfall dass es ja so nicht geht war ein bisschen spät bei mir so du auch nochmal eine Locked Chests und bitteschön da wollen wir die dann beim Ofen hinstellen ja genau oder was meinst du alles schön zentral so da bin ich wieder so schwuppdiwupps schwuppdiwupps das war es hier unten wohl schon na leid das ja da können wir einfach noch ein bisschen weiter runter buddeln weil ich sag mal so na gut okay der Leiterweg als solches wird dann irgendwann ein bisschen lang weil ab ab minus 1000 glaube geht es dann los mit Diamanten äh beim Mindtest haben wir jetzt ein bisschen verschärft seit dem seit der Version 5 das Problem ist eine Leiter die bis minus 1000 geht da braucht man denn alleine drei Folgen um hoch beziehungsweise runter zu klettern so ich habe bei solchen Servern wo keine Lern sind das zu langs gehen wird habe ich im Prinzip ich baue immer 5 6 Nodes tiefe Schächte links und rechts und weg sondern einfach runterfallen das geht recht flott und hoch muss doch keiner gehen wir haben noch zwei rum also komisch ja stimmt erstmal hier gesetzt so okay also unsere Küsten sind hier am Ofen und die äh Küste zum verteilen zwischen uns ist dann auf der gegenüberliegenden Seite easy okidoki erstmal die ganze Nahrung rein tun die brauche ich jetzt erstmal instant nicht okay ich ich tu doch mal weiter runter jo ich komm gleich nah mal ob es für jeden jeden für eine für eine arme reicht eventuell ansonsten geht ja noch im tunnel hat man eigentlich nie monster nur in den höhlen er weil die glaube ich erst ab 3x3 grundfläche spawn und eben der tunnel der ist am meisten zu schmal für okidoki ich komme deswegen liebe ich tunnel oder leitern mehr sicherheit ruhe und Würde ein Wasserfall genau neben dem Tunnel dann helfen, das zu beschleunigen? Runter? Nee, ich glaube, im Wasser ist man langsamer als auf Leitern runterklettern. Oder dann in einer gewissen Tiefe, die als Fallhöhe noch erlaubt ist, Wasserbecken. Das geht natürlich, genau. Na oder ich hab's auf dem Oh Gott, auf dem Eel-Server, keine Ahnung, ob es mir wieder ausgesprochen war. Da hab ich es so gemacht, da hab ich praktisch einen Schacht gemacht mit zweimal einer Breite. Die eine Seite ist dann Wasser, die andere Seite komplett Luft, aber dann bin ich mal runtergefallen und ab einer bestimmten Geschwindigkeit bin ich mal ganz kurz in den Wasserfall reingeschwubst, um mich selber abzubremsen. Ist zwar sehr riskant, aber dafür fällt man relativ schnell und kontrolliert. Aber eben, sobald man da was verpatzt, ist man... links weiter... weiter... Mitte Freifall. Ich geh Leichen sammeln. Minus drei fünfzig unterschritten. Weiter muss man wegen dem fehlenden Tiefenradallt aus den Farbmustern herauslesen. Geht auch grob. Stimmt. Brauchen wir ja so eine Map erstmal, um den Radar zu aktivieren. Der muss ja dieses Mapping-Tool craften. Hab ich schon links. Also wenn ich mal rumstehe, mach ich immer was. Es gibt hier interessante Fundstätten mit dunkelroten, hellroten, braunen und die üblichen Sandfelder und Gräbelfelder und ein Lavasee wohl wieder. Ah. Die sind... Die Lavasee sind neuerdings ja dann wasserblau. Also da hat sich viel vertan mit der Version 5. Man kann die eigentlich gar nicht mehr nutzen, die Map. Man sieht keine Positionen von Spielern. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Eben. Ich hatte es auch damals auch probiert gehabt. Aber ja, genau. So Mitspieler-Positionen und sowas. Das geht irgendwie in der internen Map. Wären dann nur irgendwelche random roten Punkte angezeigt, wo mal irgendwo Spieler waren. Aber die aktuelle Position ist überhaupt nicht sichtbar. Genauso hatte ich auch damals so eine Live-Mod, so eine Map-Mod, wo man praktisch denn als Webserver die Map live mitverfolgen kann. Und da wurden denn auch nicht die Spieler-Positionen angezeigt. Also irgendwie scheinen die da was in der API geändert zu haben, wodurch die ganzen älteren Sachen alle nicht mehr funktionieren. Also bei der Live-Map vom TOS Ruin, Version 2.02 glaube ich jetzt, die habe ich ja bei mir auch gebraucht und die benutze ich bei Pandora-Box. Zum lokalisieren geht das mit den Spiel-Positionen super. Oh, okay. Na gut, der hatte da wahrscheinlich einfach nur was weit eingestellt gehabt oder sowas, weil eben bei mir hat er gar nichts angezeigt. Na gut, kann ich ja da nochmal durchführen. Ja, die Live-Map ist passiv für die Map und Sachen, die angezeigt werden wie Switching Station, Bones oder... Aber wenn die Spiel-Position rein muss, dann muss es auf aktiv umgestellt werden mit einer Einstellung in der Conf und da hake ich auch noch dran rum. Aber es geht. Also bei Pandora-Box recht gut gucken, wo die rum sind. Oh, okay, okay. Na gut. Dann weiß ich schon mal, wo ich suchen muss. Mein Test-Related-Projects ist das, ist Detail drin. Oh, okay, okay. Wo hab ich denn jetzt meine Spitzsacke hingetan? Ich bin jetzt ein Konstruktor. Okay. Hä? Wo hab ich denn jetzt meine Spitzsacke hingetan? Fallen lassen? Hast du nicht das Loch auf meinem Kopf gesehen? Ich mach jetzt mal ein paar Fackeln hin. So, so. Oh, ich bin in einem Wassersegel landet. Gott sei Dank. Nur Wasser, nicht Lava. Na gut, ich brauche mir eine neue Spitzsacke. So. Bam. Sehr schön. So. Die Baumstammblöcke hab ich jetzt auch mit in die große Kiste gepackt. Wenn also Holzbedarf ist. Dafür ist gesorgt. Das war knapp fast einer Saufen und musste Leitern basteln. Und wieder ein Abarth. Lange Leitung. Ist immerhin besser als lange Leitung. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Oh, oh, oh. Aua. Irgendwas schießt mit Feuerbällen auf mich. Hurra. Na, wenn du bei Lava bist, dann sind das diese, ja, diese Lava-Fischer. Die sind ganz cool, wenn du diese roten, äh, wenn du die... Oh, erster Goldfund Award. Ähm, wenn du die umbringst und diese Feuerkugeln bekommst, die droppen sie ab und zu. Daraus kannst du eine Lava-Spitzhacke bauen. Und die ist geil. Die ist besser, oder? Ja. Das war eher so ein Dungeon-Mass. Ach so. Was der Kieler gerade angegriffen hat. Ja, ne, die sind lame. Die tun einem richtig weh. Wollt ihr die Höhle eh nicht erkunden? Oh, Ronny. Was tust du denn schon wieder? Ich will sterben. Ich habe gerade hier einmal Kohle in meinen Crafting-Guide, äh, Crafting-Guide sag ich schon, in mein Crafting-Table gepackt, den Stöcker darunter, habe schön mit mittlerer Maustaste gleich 40 Fackeln mit einmal genommen und statt sie bei mir mit Linksklick ins Inventar zu tun, klicke ich einmal mit Linksklick auf die Müllposition rauf. Yeah. Sehr gut. Intelligenz confirmed. Oh man ey, 40 Fackeln AD. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab schon dreimal Gold gefunden, aber noch kein Eisen. Ups. Ich sag's ja, dieser Map-Gen, der ist echt geizig. Äh. Eisen! Ich hab Eisen gefunden. Oh. 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 Meine Güte, der Feind im eigenen Haar. Hahaha. Na gut, ich mach mal ganz kurz ein Dwayb. Meine Tochter guckt Multi-Minecraft-Videos. Uuuh. Oh ja, ich meine, hat nicht jeder mal die Videos von Gronk geguckt? Bitte noch mal. Ich, äh, ist ja nicht so schlimm. Ich meine, hat nicht jeder mal die Videos von Gronk geguckt?